Unser neuer Zählerplatzkonfigurator Z-Plan 5.0 bringt viele Neuheiten und Verbesserungen mit sich. Neben einem neuen Design startet ihr eure Konfiguration direkt mit der gewünschten Anwendung. Z-Plan schlägt euch auf Basis dieser den idealen Zählerschrank vor und berücksichtigt dabei sogar System- und Komplettschränke. Mit dem neuen Z-Plan könnt ihr schneller als zuvor eure Zähleranlage planen und bestellen und bei Bedarf noch viele Individualisierungen vornehmen. Und das Beste, eure Zähleranlage wird in einer Zeichnung visualisiert und verändert sich entsprechend eurer Anpassungen.